Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns Simon, Entschuldigung, Will Boy, Merry Christmas, featuring Simon Will, produced by KFZLNR. Ich werde da nichts, ich weiß nicht, wie er da genau heißt, der KFZLNR, deswegen werde ich es so aussprechen. Ja, wir hören uns mal an. Kurz bevor es anfängt, ich höre nur Musik, heißt, ich mache keine Musik oder ich kenne auch keine Musiker. Ja, deswegen, ich reagiere da nur drauf und bitte, wenn ich da etwas sage, gegen irgendjemand, es soll niemand beleidigen oder verletzen, es dient nur zur Unterhaltung. Let's go. Typisch wieder, so ein bisschen Weihnachtsmusik, so ein bisschen so etwas. Ja, Happy New Year. Minus 30 Grad haben, also vielleicht in Deutschland, ja, aber hier in der Schweiz, nein, definitiv nicht, wir haben 12 Grad oder so. 16 Uhr, der Himmel ist schwarz, und Christmas ist now our cup. We wish, we wish, we wish, we wish, Christmas and a happy new year. Und dann werden wir Geschenke kaufen, ha, no, die Bahn streikt, die Luft selber laufen. Kennen wir uns so gut. Gut, die Bahn streikt bei uns nicht, weil es doch nicht geschneit hat bei uns. Okay, vielleicht einmal, aber da war es nach einem Tag wieder weg, weil es geregnet hat. Nein, die Bahn kommt bei uns immer zu spät. So, es steht zwar, sagen wir mal, um 42 kommt die Bahn. Ich denke, nee, erst um 52 oder erst um Punkt. Danke dafür. Polizei kriegt. Klaut er einfach den Glühwein von der alten Dame. Ich hab's noch nicht geguckt. Wetten irgendjemand, vielleicht auch Simon, irgendjemand von denen wird hundertprozentig zufrieden sein mit dem Geschenk. Hundertprozentig. Es war so klar. Socken? Okay, das hab ich nicht gehört. Oh, fucking Socken! Geh du? Oh Gott, das sind schon wieder zu viele Stimmen im Hintergrund. Ganz ruhig, Simon. Ganz ruhig. Wow. Ja. Da kann man doch gerne mal ein Like da lassen. Es ist gut gemacht. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ich vielleicht eher weniger, aber man kann es sich schon gönnen. Weil es ist ja jetzt nicht mehr Weihnachten, deswegen gönne ich mir, glaube ich, nicht mehr. Aber ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen, gerne auch ein Kommentar da lassen. Und nicht zu vergessen, abonniert. Wir sind kurz vor 1000 Abonnenten. Da würde ich sagen, haut rein. Und habt schöne Ferien. Tschö. Möde. Tschö. Tschö. Tschö.